Hi, heute war unsere erste Nacht in Sydney und wir waren in Lomaids West End Backpackers. Es ist echt ein gutes Hostel, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir sind mitten im Zentrum, haben eigentlich ganz schöne Zimmer, wir haben auch so einen Gemeinschaftsraum, wo man kochen kann, wo man auch Filme gucken kann und wo man einfach mit anderen Leuten sich unterhalten kann. Es ist echt super. Was noch? Wir haben eigentlich alles vor der Nase. Wir brauchen nur eine Minute zu Coles, das ist unser Supermarkt und es ist echt super. Also wenn ihr hierher kommen wollt, dann kommt zu Lomaids.